Die Krippe ist in der Krippe. Da kann man keinen Reim draus bilden aus dieser Krippe. Ein Moor ohne Füß. Gefällt Ihnen das? Nein. Dieses Kind auf dem Arm. Ein Moor war ein König gewesen. Ganz ehrlich gesagt gehört das nicht hierher. Plastik und Mintfarben. Billig gemacht. Ohne Charme und ohne Niveau für mich. Etwas ungewöhnlich ist auch, dass die kompletten Tierkörper, wie Ochs und Esel, halt nur stilistisch dargestellt sind. Und das stört Sie nicht? Das stört mich nicht. Makaber. Makaber. Ja. Irgendwo schon, würde ich sagen. Das ist ja eine, nehme ich mal an, eine echte Statue. Allerdings fehlt der Josef. Der Pferdekopf, der hat nichts dort zu suchen. Das erinnert mich so an Hildesheimer früher. Vom Pferdemetzel, der kommt vom Hildesheimer. Das ist schon ziemlich grauselig. Was ist daran grauselig? Ja, dieses beliebige, liebkürliche Zusammenstellen von lieblos arrangierten Bildinhalten. Griff in die Antiquitätenkiste. Ich würde sagen, Griff ins Klo. Ja, Karneval ein bisschen auch, ne? Ich würde sagen... Vielen Dank.